Lass los! Lass los! Lass los! Das ist meine, ey! Das ist meine! Ich hab dich zuerst gesehen! Ich hab dich zuerst gesehen! Ey, sag mal, spinnt ihr! Ey, ich hab dich zuerst gehabt! Nein! Ich hab dich zuerst gehabt! Seid ihr bescheuert? Ich zeug euch gleich an! Ihr könnt nicht einfach so eine fremde Person anfassen! Ich kenn euch doch gar nicht! Chima, was für Anzeige? Chima, Chima, was zur Polizei? Ich will nicht nur mal in Afrika zurück! Brr! So, meine Herren, ihr habt euch beide für diese Stelle hier beworben. Wer möchte hier wirklich arbeiten? Nehmen Sie mich! Ich hab mich zuerst hier beworben! Nein, nein! Ich war zuerst! Er ist ein Lügner! Ich kann viel schneller arbeiten! Sehr schnell! Stimmt gar nicht, Chef! Außerdem, der ist vor drei Monaten erst von Afrika gekommen! Der hat gar keine Papiere! Ach die Klappe, du Idiot! Chef, der ist ein Afrik! Der ist aus Nordafrika! Und der macht Scheiße! Der macht sehr grabschi, grabschi und so! So, jetzt ist Schluss, ihr Männer! Fahrt mal beide einen Gang runter! Wir sind hier nicht im Kindergarten! Ich hab für euch beide nämlich einen Job! Okay, okay! Hallo? Willst du mir keine Defektion geben? Willst du, dass ich sterbe? Corona macht Corona! Verzieh dich, Junge! Kauf dir selber Disinfektionsmittel! Ich hab das für 2.000 Euro gekauft! Brr! Ist da Gold drin oder was? Nein, kein Gold! Diamanten! Geh mal schlafen! Hallo Chef! So Männer! Ich brauch aus dem Lager ein Paket vom Gang 17! Kann mir das bitte einer von euch holen? Danke! Ich bin Erster! Brr! Ich bin Erster! Ich bin Erster! Ich bin Erster! Brämm. 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 Oh, shit. Brämm. Brämm. Scheiße, strick dich! Ich war der Erste! Ich war der Erste! Ich hab's gebraucht! Ich hab's gebraucht! Mein Gott, der hört auch nicht damit auf, ne? Brämm. Ich versteh nicht, warum ich mit dir befreundet bin überhaupt. Du bist voll komisch. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dir befreundet bin. Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh nach Hause. Ja, ich geh jetzt auch nach Hause, Mann. Hä? Du bist schon zu Hause. Brämm. Ja, stimmt, ne? Ja, egal. Ich guck mir jetzt einen Film an. Nein, ich guck mir jetzt einen Film an. Was laberst du, Junge? Du wolltest doch gerade gehen. Nein, Mann. Ich wollte meinen Film gucken. Junge, du fängst schon wieder damit an. Nein, du fängst immer wieder damit an. Brämm. Ey. Lass los, Mann. Ich will. Nein, ich will Harry Potter gucken. Ich will Harry Potter gucken. Ich such mir einen Film aus. Ich such mir auch einen Film aus. Ich guck Harry Potter. Ich will Harry Potter Talents. Aber warte mal, das macht doch gar keinen Sinn bei einem Film. Hä? Was meinst du? Ja, wenn du und ich denselben Film gucken wollen, dann passt das doch. Dann können wir beide den Film gucken. Ah, stimmt. Ja. Okay, komm, lass mal. Lass doch mal los. Ja, lass doch los. Ich mach den Film an. Ich auch. Junge, okay, wir machen zusammen. Ja, mach. Ich mach den Bein. Eins, zwei, drei, zwei, drei, zwei. Boah, der Film war krass, ne? Das war bombast. Ey, lass doch mal meine Hand los, Mann. Lass mich doch mal wechseln. Bäh. Ja, da ist das Mist schon wieder. Ich klär dir halt. Ich klär dir das. Nicht dich klär. Nein, ich klär dir. Ich klär dir. Boah, nicht dich schon wieder. Ey, ey, ey. Wie geht's hier? Darf ich dich kennenlernen? Wie geht's hier? Ich will dich kennenlernen. Ey, chill mal, Mann. Chill mal. Ja, wer will mich jetzt kennenlernen? Du oder er? Ich will dich kennenlernen. Ja, ich will dich kennenlernen. Ich will dich kennenlernen, Mann. Hört auf jetzt, es reicht. Wir machen das so, jeder bekommt eine Chance. Ich date dich einmal und danach dich. Und der Bessere bekommt mich. Hey, ey Mädchen. Was lauerst du? Was der, wer der? Red mal vernünftig mit mir. Stimmt irgendwas. Ich bin mir mit dir, ja. Geht's dir gut? Wer hat dich angemacht? Ich baller den weg, Mann. Redest du da? Hallo, rede doch. Hä? Was redest du denn da? Warum schreist du mich an? Hab ich was gesagt? Schrei mich doch nicht einfach an, Mädchen. Was ist los mit dir? Bruh. Guck mal, Baby, du bist so schön. Mit dir mache ich gerne Urlaub in Afrika. So richtig auf Chili gehen, für die Abkühlung. Danke, aber schön, ich gehe nach Afrika, ich gehe lieber in die Karibik. Ja, ja, Karibik auch. Wir gehen auch hin. Guck, ich gebe euch jetzt Geld, ne? Geht zu Franky und sagt, der ist euer Papa, ja? Komm, geht zu dem hin. Komm, geh. Bruh. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Hey, Papa. Hä? Was machst du hier? Mama wartet auf dich zu Hause. Hä? Was für Papa? Wer bist du? Kenn ich dich? Kennst du mich? Ich kenn dich nicht. Dich auch nicht. Bruh. Höfte Lügen gesagt, dass Mama wartet ab. Hä? Willst du mich arschen? Du hast Frau und Kinder zu Hause. Ich kenn dich gar nicht, das sind nicht meine Kinder. Äh, doch, doch, das sind seine Kinder, er will dich nur verarschen. Ne? Ja, das ist mein Papa. Hä? Junis, labert keine Scheiße, er steckt dahinter, siehst du nicht? Ach ja, und wer hat bei mir im Getränk was reingetan im Restaurant, hä? Diese Mädchen gehört mir, geh weg, Junis, die gehört mir. Geh weg, aber zackig. Schluss jetzt, ihr beiden. Ich hab mich schon entschieden. Scheiße. Mühle. ushat. Ja. Bruh. Weil du zuhörst, ey. Wie? Wie ist das? Wie ist das? Aber wie ist das? Wie ist es da? Wie ist das? Ich hab meinen Satz vergessen. So Männer, ich brauch ein Paket. So Männer, ich brauch vom Lager aus dem Paket. Und Action! Action! So Männer, ich brauch aus dem Lager ein Paket verpacken. Ich hab dich nicht vermitteln zuerst! Ich war erst! Ich war da! Ich suche Harry Potter! Ich will! Mach meine Hand los, Mann! Lass mich doch mal wechseln! Auf Lauf! Auf Lauf! Das ist ein Paket. Das kommt zurück. Das hat ein Paket. Das war die Neukvex-Sie. Auf Lauf! Das passt. In der Augen. Das haben wir nun aus dem Riesenklaheren.